Wir sind in der Ukraine, an der polnisch-ukrainischen Grenze, angestoßen, organisiert vom Erlanger Mediziner Uwe Stöckert. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Reise und kommen Sie wohlbehalten wieder zurück. Ja, vielen Dank. Nachgefragt, das Bayern-Magazin auf Bayern 1 mit Uwe Erdelt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020